Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Aram. Ach ja, mit Missfortune und, na süß? Ja, leider. Ich glaube, der wurde mal umgemodelt, ne? Uff, keine Ahnung, der habe ich denn so lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich den gespielt in Season 2. Oder 3, was war das? 3, glaube ich. Auf jeden Fall, als der... ...irgendwie schon mal umgebaut wurde oder rauskam. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Guck mal, wie lange das schon ist. Da war ich mit meinem Main-Account, glaube ich. Ja, Level 3. Oh, der ist aber mitgenommen. Boah, älter. Ey. Da bin ich mal geschippert. Kein Problem. Oh, den Minion hat sie. Womit macht man diese Stacks eigentlich? Äh, mit dem Q. Ah. Können den es last hitten. Und das W ist dann slow oder was? Ja, und das E, diese komische Fütze da. Ja, genau. Und das E ist einfach nur groß und fett und stark. Ja, und unbesiegbar und einfach ausrasten. Auf ewig. Ey, ey, ey. Ja, was soll ich jetzt machen? Moin. War das geplant? Ja. Alles klar. Genau deswegen. Oh, es ist gut. Ja, Sperrwetter gefangen. Äh, die Stacks kann ich, kann ich die auf Minions auch sammeln? Ja, klar. Ach so. Ah, du Noob. Ja, wie gesagt, ne? Jahrzehnte ist das her. Ja, Jahrzehnte Sperr gefangen. Ich glaube, ich mache so einen Counter, wie viel Sperr ich fange. Ich habe den Blitz gefangen. Oder eher mich. Sperr gefangen. Alles klar. Nummer 4, glaube ich. Wir müssen mitzählen. Warte mal, ich warte nochmal kurz Cold up. Ja. Oh ja, schon fertig. Dann habe ich nämlich meine Codown Reduction. Uh. Was ist mit dir denn los? Was ist mit ihm denn los? Er ist cool, den Chat mal hoch. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Da war der Speer. Aber ich glaube, ich lasse das wieder. Das wird langsam nervig. Drei Sticks habe ich. Hoffentlich krass. Der One-Hit ist du ja fast alles hier. Okay. Das war wohl nix. Blitzi-flitzi. Die Kacknase. Man gebe ihm mein Mana fürs Ulti. Oder so. Ich habe Ulti. Ich jetzt auch. Ausrasten. Nietzse. Meins. Meins. Ne. Timo. Timo sei eins. Was? Der hat sie mir geklaut. Der Lump. Ich kann auf dem Tower auch nicht Stacks. Ja. Das ist ja unmöglich. Gibt es da irgendwie ein Cap? Nö. Hör auf. Endpick. Machst du jetzt voll AP oder was machst du? Ja, ja. Jo. Wobei ich ja schon wieder hier stark lädiert bin. So. Rein. Keine Sorge. Die Gegner sind auch stark lädiert. Jo. Es ist ja noch unsterblich hier. Eskalieren. Oh mein Gott. Ich bin tot. Schön rein. Was verliert man? Gar keine. Wie? Laber doch nicht. Das ist wie mal weigern. Ach. Ich bin der Meister, Alter. Fahrt's mal gleich ab. Hätte ich das eher gewusst. Dann wäre ich viel unvorsichtiger gewesen. Sie kommen. Alter. Sehe Freifahrtschein. Go hard or go home. Oh. Keine Angst. Ich komme jetzt knallen. Wumms. Ähm. Da ist eine schöne Runde, muss ich sagen. Die gefällt mir. Bisher. Warte ab. Ich sage bisher. Ne, ne. Ich meine das positiv. Unstoppable. NP. Bam. Alles komm her. Trau dich. Buff. Alter, macht das einen Schaden schon. Jetzt kommt doch mal her, Leute. Ey, ich wollte nicht den Minion attacken hier. Was ist denn da los? Er schon wieder. Yo. Alter. Wird er ja nur noch geknallt. Egal, ich verliere keine Stacks. Yo, ne. Ich will shoppen. Triple King of Doom. Egal, ich will shoppen. Ah, schade. Ist das Crank? Warum spiel ich nicht, hilft der Nasus. Es geht wieder los. Aber es geht ums 15 Stacks jetzt. Also höher geht es nicht. Vielleicht wurde es auch gerne. Ich bin aber der Ansicht, dass man das Q hochfahren kann, wie man lustig ist. Ach, hier. Ne, ne, ne. Was ist denn los? Jetzt hat er mich noch reingekrebt, der Sack. Na. Das ist nicht in Ordnung. Ne, jetzt ist Schluss. Guck mal da. Ach ne, 18 Stacks habe ich jetzt. Okay. 1 P. Ja, Vorsicht da. Oh, 8. Ich habe mich getrickt. Der Sawsack. Oh, mein Gott, Mann. Was soll denn der Kack? Ich will da hin. Komm nicht weg. Die Minions haben mich geblokt. Oh, ne. Nee. Oh. Egal, ich baue es gleich eh erstmal. Tanky, das geht gar nicht. Nachdem ich Ludens habe, hole ich mir irgendwie Devons Plate oder sowas. Irgendwas, was Tanky macht. So übertrieben. No. Komm zu mir. Ich kläre hier alles. Jo. Wahrscheinlich. Der kippt einfach so um. Der Kollege. Ähm. Guck mal, da hat er Warwick. Oder ist das in Abhängigkeit von meinem Level? Stacks, die ich sammeln kann. Eigentlich pro Last-Hit nen Stack. Also im gekuten Last-Hit. Oh. Stirb. Ha. Alter. Oh. Taua. Das geht aber ziemlich schnell da. Oh, ja. Ich glaube, die kommen noch nicht mal zum Surrendern. Und er schon mal schon mit Eiern. Jo. Np. Lass mich weg. Hm. 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 Ich glaube, ich werde das jetzt mal öfter auspacken. Das ist doch auch mal ein bisschen Busch. Ja. Ach, da hole ich mir den. Ja. Nicht will ich. Ach, da geh mal den. Na, ich will den da. 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 Na, ich will die Nasus öfter aus. Der ist auch mächtig. Ja. Na du. Und ich werde dann meinen Kollegen genau mal öfter spielen. Hat sich bisher schon in einem Bot-Game hier bewiesen. Nicht. Was? Killsteel. Jo, bitte. Jo. Jo. Oh. Alles klar. Okay. Oh, oh. Alter. Das war uncool. Wo ist denn der Rest von unserem Team? Egal, Karl. Ja. Timo auf Aram. Das ist so dumm. Aber ich glaube, ich werde... Ich glaube, ich werde den dann... Wahrscheinlich spielt sie den im Ranked komplett tanky, oder? Na, süß. Ja. Der kommt dann wahrscheinlich durch die Q-Stacks. Ja, im Grunde reicht der Trinity Force und der Rest halt tanky. Alto Belli. Ist ja genau wie Irelia. Boah. Oh, er hat's heavy, ey. Wie kann es das bekommen? Ist schon dreist. So, jetzt krieg ich eine Tanki gekauft. Brauchst du nicht mehr. Achso. Äh, ja. Ja. Geiles Game. Verstehst du? Ja. War das ein Gewetzel. Das gefällt mir. Ja. Ja.